Five, six, and here we go! Handtücher können wir immer gebrauchen. Aids, das klingt so ganz komisch. Machen, einfach machen. Sofort machen. Wir hacken jetzt hier mal kilometerweise Holz weg. Schönen guten Tag, bei mir bist du schön, Podcasts, Springtanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ja, schön, dass du da bist. Ja, frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr. Der erste Podcast im neuen Jahr und sozusagen der erste Podcast, so wie wir es eigentlich geplant haben. Nicht live, sondern wir sind wieder hier am Mikrofon. Am Mikrofon. Wir hier mit dem Hintergrundbild, jeder für sich, was ihr jetzt nicht seht, aber könnt ihr hören. Ja, und mal wieder eine Audio-Episode und wir freuen uns, dass das mal wieder so seinen geregeltem Gang geht. Und ja, wir das auch so vorplanen und nachplanen können, wie wir es eigentlich immer vorhaben. Und wir hoffen, dass du auch die Struktur, die wir jetzt so uns vorgenommen haben, auch erkennst und da Freude findest. Ja, und wir versuchen wieder reinzukommen. Vielleicht sind wir ein bisschen am Rotieren, weil wir so viel Live-Podcasts hatten, so viel ausprobiert haben. Das heißt, wir versuchen wieder kurzweilig, euch schöne Informationen zum Thema ums Swingtanz zu geben. Heute mit einem persönlichen Jahresrückblick von uns, Ausblicke, kleine Hinweise, was es so gibt. Und hoffen, dass es dir ein bisschen gefällt. Gucke mal in die Shownotes, da verlinken wir ganz, ganz viel, über das wir reden. Schreib uns gerne Kommentare, erzähl weiter, was wir hier so machen oder was wir nicht machen. Und wenn irgendetwas dich stört oder du ganz gut findest, dann schreib uns doch einfach. Ja, genau. Dann wollen wir auch direkt in die Social-Ecke gehen. Ja, Social-Ecken. Ja. Wir haben uns als erstes erstmal aufgeschrieben, wir wollen euch ein frohes neues Jahr wünschen, was wir schon gemacht haben. Ja, perfekt. Check. Abgerakt. Dann haben wir festgestellt, wir wurden angeschrieben von einer kleinen Gruppe, die etwas produziert hat. Für Tänzers, für Swing-Tänzer und haben dann auch gesehen, dass die auch mit Casually oder Casual Fancy. Casual Fancy. Casual Fancy. Ja. Von Katja. Mit, wo können wir etwas gemacht haben und zwar die Dance-Towels. Das ist eine kleine Gruppe von Tänzern, die haben eine Art, ja, Dance-Towel, wie man sagt, Sporthandtuch entwickelt, was Schweiß aufnehmen kann. Was aber auch ganz schön aussieht, was man vielleicht als Schal tragen kann oder als Einstecktuch oder ähnliches. Wenn ihr da Interesse habt, schaut einfach mal vorbei. Wir kriegen da jetzt kein Geld für oder sonst was, aber wir fanden, es ist eine nette Idee. Ist auch ziemlich groß, das Handtuch, muss man feststellen. Ja, es ist ziemlich groß und Katja hat sogar so ein Oberteil für Frauen draus gemacht, draus geknotet, was also echt sehr von Vorteil ist, was ja sehr schön aussieht. Und es hat eben zwei Farben sozusagen, einmal so ein Aufdruck von, so wie der Teppich vom Savoy Ballroom aussah, so ist die eine. Und das andere ist eben so ein bisschen auf, ja, den Gründer des Namens Charles Lindbergh gemünzt, so ein paar Flieger drauf. Oh ja. Ja, genau. Ja, genau, das ist... Und Handtücher können wir immer gebrauchen, ne? Handtücher können wir immer gebrauchen und auch mal jetzt welche mit Style und nicht irgendwelche Frotte-Handtücher, die da rumfusseln. Fotte ist gut. Ja, genau. Also wenn ihr darauf Bock habt, guckt euch das einfach mal an. Yes, dancetowels.com Ja, zum Schweiß. Ich habe etwas gefunden und zwar suchen wir ja immer mal wieder so auch Sachen so für Lindy Fitness zum Fitbleiben oder ähnliches und da haben wir etwas gefunden. Es gibt so ein, es gibt natürlich bestimmt tausend andere Sachen, die wir noch nicht gefunden haben oder noch nicht benannt haben, aber eins haben wir jetzt gefunden und zwar die Gitgut Factory. Also Gitgut, wahrscheinlich so Get-Good, so ein bisschen angeslangt, Factory Lindy Fitness and Gitgut. Und die haben auf einer Patreon-Seite haben die dann sich entwickelt und haben zusammen mit Fitness-Trainern als auch mit Lindy Hop Trainern haben die immer so Fitness-Videos, laden die hoch. Da kann man, wenn man da Patreon-Teilnehmer ist, das ist ja diese Spenden-Seite, kann man sich da immer Inspirationen holen und Aufgaben holen, kann sich aber auch einzelne umsonst anschauen schon. Da gibt es dann von den Lindy Hoppern oder Swing-Tänzern sozusagen immer sowas wie den Rhythmus des Monats, den man ausprobieren kann oder auch Jazz-Facts, aber auch Fitness-Übungen. Guckt einfach mal rein, wir fanden das auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick und auch auf den dritten Blick ganz interessant. Ja, genau. Und so in dem ähnlichen Sinne gibt es auch, ja jetzt gerade im Januar, eigentlich jetzt schon seit einigen Jahren von The Solo Jazz Machine, gibt es auf Instagram so eine Reihe, wo jeden Tag inspiriert wird, sich fensterisch zu bewegen und da gibt es immer jeden Tag ein anderes Thema, ist sehr, sehr schön. Das habe auch ich jetzt übernommen, auf Deutsch sozusagen, auf meiner Seite, wo es nochmal 5, 6, 7, 8, das nenne ich jetzt 2001 und tanz ich und im Januar, wir sagen ja zum Januar, da gibt es eben jetzt jeden Tag eine Inspiration, was ihr im Tanzen mal ausprobieren könnt und ja, ganz schlicht dargestellt, aber eine Menge Inspiration und Ideen und Spaß, dahinter, sowohl von Solo Jazz Machine, als auch von meiner Männlichkeit. Ja, guckt einfach mal nach, der Solo Jazz Machine, der heißt Jesuary und bei dir ist es der Januar und das fand ich ganz witzig, 2021 hast du es genannt, das fand ich auch irgendwie ein schönes Wortspiel. Ja, dann haben wir noch etwas gefunden, Philippe Braga hat jetzt gestartet im Januar, so ein 4 Wochen, also irgendwie, kündigungsweise alle, die wir bis jetzt gesangt haben, haben fast immer so 4 Wochen jetzt Workshops oder sonst was. Auf jeden Fall, Philippe Braga hat ein 4 Weeks Groove Block Special, da kann man sozusagen 4 Wochen lang mit ihm zusammen Jazz Steps, Solo Jazz Steps und ähnliches lernen und er hat sich die Early Era jetzt rausgesucht. Philippe Braga, eigentlich so kennt man schon ziemlich lange, hat ganz, ganz viel mit Joe Hoffberg auch getanzt oder mit Alice May und auf philippebraga.de findet man das. Ich weiß gar nicht, der war ja mal letztens irgendwie in Berlin, ist er immer noch in Berlin eigentlich, weiß ich das? Ich bin mir nicht sicher. Weil Joe Hoffberg war ja eigentlich nur kurz mal in Berlin und ist dann aufgrund von Covid irgendwie kurzzeitig nicht mehr weggekommen. Nee, das nicht, nee, nee, die hat eine Wohnung in Berlin. Ach, hat sie eine Wohnung in Berlin? Sie hat auch ein Visum und sie wohnt hier ganz, ganz legal in Deutschland. Sie hat auch eine Wohnung seit jetzt schon 2, 3 Jahren, glaube ich. Und ja, jetzt hat sie halt mal ihre Wohnung ein bisschen eingerichtet. Ach so, crazy. Ja. Crazy. Also da könnt ihr gerne vorbeigucken. Nicht bei Joe Hoffberg privat, sondern bei dem Links von Philippe. Philippe. Ja, genau. Und auch, sorry. Ich wollte nur sagen, dass man kann halt sozusagen auch einzelne Klassen buchen oder die ganzen Sachen und man kann sich da sozusagen seinen Schedule selbst zusammenstellen. Es ist immer dienstags, mittwochs und sonntags. Und dann kann man halt gucken, es gibt so verschiedene Zeiten, wo das passiert. Und das Beispielvideo oder Werbevideo oder keine Ahnung, wie man das nennen möchte, finde ich schon mal sehr, sehr geil. Das macht schon sehr Spaß darauf, wie er da tanzt und was man das... Also Philippe ist halt immer so eine Inspiration, wenn man ihn tanzen sieht, finde ich. Ja. Von daher sehr geil. Ja, apropos Joe Hoffberg. Sie hat natürlich auch ein 4-Wochen-Special. Und sie hat das jetzt auch eben im Angebot gerade im Januar. Und das Full-Package kostet 50 Euro, also es sind 6 Stunden pro Klasse. Und wenn ihr jetzt nicht jede Stunde teilnehmen möchtet, könnt ihr auch eine Spende geben. Und ja, auch von Joe sehe ich jetzt ab und zu mal wieder... Ich glaube, sie macht auch beim Jazzuary mit. Und da sehe ich bei Instagram und so auch mal wieder kurze Videos von ihr. Und ich denke mir immer so, wow, hat sich schon wieder verbessert. Also gefühlt arbeitet ihr ja 24 Stunden an ihrem Tanzen. Und natürlich, dass jetzt in so einer Phase, wie wir sie jetzt gerade haben, ist natürlich jetzt da eine Menge Zeit, sich zu verbessern. Und wenn ihr es so macht wie Joe, Respekt. Ich würde es auch ganz gerne machen. Aber irgendwie liege ich mir meine Prioritäten anders zurzeit. Ja, ich habe ein Video gesehen von Joe. Das war krass. Da hat sie quasi nur, ich weiß gar nicht, wie der Jazz-Tab jetzt wirklich heißt. Tacky Annie, glaube ich. Wo sie nur Tacky Annies getanzt hat und einen Song gelaufen hat und versucht hat, mit Arm, Schulter, Kopf und dem Rest des Körpers die Musik zu gestalten. Aber nur Tacky Annies getanzt hat. Das ganze Stück durch. Genau, da hat sie eben auch halt oben hingeschrieben. Also ein Thema von dem Jazz-Wary und dann Hashtag Jazz-Wary. Deswegen habe ich gesehen, dass sie eben auch bei dem Jazz-Wary sich dann eben inspirieren lässt. Und ihr könnt da eben eine Menge rausnehmen, weil es ist ja nichts vorgegeben. Großartig nur so ein Thema. Und du kannst es interpretieren, wie auch immer du möchtest. Ja, das ist ganz cool. Also das fand ich mega cool. Also das war wirklich eine Sache, dass man halt, wir haben das ja schon wahrscheinlich hier auch im Podcast häufiger, wo man sagt, wir sagen das ja häufig auch, dass halt durch Langeweile oder durch Wiederholung häufig Kreativität oder Limitierung Kreativität ganz schnell entstehen kann. Wenn man halt, was ist es nicht, so ein zweieinhalb, dreieinhalb Minuten Song nur Tacky Annies tanzt, da möchte man halt auch irgendwann was anderes machen. Und das war so cool gemacht. Und das werde ich auf jeden Fall auch mal aufnehmen, entweder in Unterricht oder auch in mein eigenes Training, um da sozusagen weiterzukommen. Ja, und das war ja auch unter anderem auch ein Thema von meinem Adventstanzländer, Adventskalender. Ja, da könnt ihr auch nochmal reinschauen, da ist auch das Thema Limitierung drin. Und das kommt auch nochmal in meinem Jesuary sozusagen, in meinem Januar. Ja, genau. Also, dann haben wir die ganzen Inspirationen für diesen Monat mal abgehakt. Und jetzt kommen wir mal, wir haben so ein bisschen recherchiert, was gibt es denn so für dieses Jahr jetzt anzukündigen, auf was könnt ihr euch freuen, was ist geplant, wo könnt ihr euch mal euer Geld sparen? Und wir haben gesehen, nix. Nicht so viel an Workshops. Bei einigen größeren Workshops steht zwar noch nicht, dass es nicht stattfindet, aber es ist halt auch noch nicht angekündigt. Ja. Also, da muss man einfach mal gucken. Viele, viele große Workshops, Savoy Cup zum Beispiel oder Plentyhot war das, glaube ich. Die haben schon angekündigt, dass es dieses Jahr nicht stattfinden wird. Und andere haben halt ganz, ganz häufig auch nichts gesagt. Wir haben dann ganz lange darüber diskutiert, was mit dem Rocklet Swing dieses Jahr war, weil es war gefühlt für uns der letzte große Workshop, der letztes Jahr stattgefunden hat, bevor der Lockdown kam. Auf der offiziellen Seite haben wir noch nicht gefunden, dass es jetzt wirklich abgesagt ist, aber wir haben so auf mehreren anderen Seiten gefunden, dass wohl Bands und so gesagt haben, ja, das findet wohl nicht statt. Ist ja auch verständlich. Ist ja klar, wenn jetzt auch nochmal alles verschärft wird. Aber da konnten wir jetzt noch nicht so viel sehen. Aber wir haben eine Sache herausgefunden. Als wir dann mal so die großen Events durchgewandert sind, haben wir gesehen, dass Harang derzeit und auch noch länger etwas anderes probiert. Natürlich konnte das letztes Jahr nicht stattfinden und dieses Jahr weiß man auch nicht genau, wie das stattfindet mit einer so großen Gruppe da in dem Ort. Aber die machen den sogenannten Harang Monthly, machen die, also monatlicher Harang. Und da kann man verschiedene Classes angucken, da kann man verschiedene Videos angucken. Die versuchen da ständig etwas sozusagen zu posten und sozusagen dieses Harang Feeling am Leben zu halten und natürlich damit auch einige, ein bisschen Geld zu generieren. Man kann das monatlich buchen, kostet 5 Euro. Also ein Monat kostet 5 Euro. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich habe ein bisschen mehr Geld und ich zahle euch 20 Euro pro Monat. Oder dann kamen wir zu verschiedenen Stufen, wie man die unterstützen möchte, um das einfach so am Leben zu halten. Weil das ist halt, da haben wir schon so häufig gesagt, die großen Veranstalter, Planer sind auf vieles angewiesen. Vieles rechnet man damit, damit man irgendwie Geld bekommt, um was anderes kross zu finanzieren oder so. Also wer darauf Bock hat, die haben auch eine Patreon-Seite, Harang Dance Camp und Monthly Harang, ja, einfach mal gucken. Die haben angekürtlicht, dass halt Classes gibt es, Open Stages gibt es, da kann man im Kabarett-Style mitmachen oder Insights gibt es, wahrscheinlich alte Videos oder alte Einblicke in was auch immer. Guckt es euch einfach mal an. Und ich finde es halt cool, finde ich halt, dass man so überlegen kann, wie viel man spenden möchte. Also es kriegt halt quasi jeder und jede in jeder Preisstufe dasselbe, weil man sagt so, hey, ich möchte es mit einem Fünfer unterstützen, ich möchte es mit einem Zwanni unterstützen oder so. Finde ich eine coole Idee. Und ja, da muss man mal gucken, was da ist. Auf der Harang-Seite waren da noch Fotos von dem leeren Harang vom ersten Jahr, wo es nicht stattgefunden hat, haben die Fotos gepostet. Und ja, das ist ganz komisch, weil es so die größte Sache ist, also eine der größten Sachen oder wie in Europa zumindest. Ja, das ist schon traurig, erschreckend und wie auch immer man es betrachten möchte. Aber es wird auch wieder andere Zeiten geben. Da sind wir ganz sicher. Und deswegen schauen wir positiv in die Zukunft. Und ich denke, das, was Harang hier anbietet, ist eine tolle Sache. Die legen ja auch immer einen Fokus auf die History-Classes, wo er ihm erzählt wird, wo Interviews auch aufgegeben werden. Und auch das hier haben sie ein Larry-Schultz-Archiv, das sie eben auch öffnen sozusagen. Und dann lernt ihr auch nochmal, nicht nur über Frankie Manning, aber wahrscheinlich auch über andere Lehrer, wie sie überhaupt dazukamen und wie die Story dahinter ist. Von daher ist es, denke ich, auf jeden Fall die 5 Euro definitiv wert, wenn nicht sogar mehr. Ja, und die starten jetzt im Januar und so wie ich das verstanden habe, dann halt das Jahr durch oder keine Ahnung wie lang, aber auf jeden Fall kann man da gerne mal schauen. Eine zweite schöne Sache, schöne Sache, über die wir kurz berichten wollen, denn während wir die Aufnahmen hier schon machen, findet es quasi noch statt oder kann statt. Und zwar haben wir, wir haben ganz, ganz häufig diese Tanzschule oder diese, ja, es ist ja eine Tanzschule oder die Community schon so häufig genannt. Und zwar Swingstep hatten wir auch schon benannt, dass die die Syncopated Holidays gemacht haben, haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber geredet. Und da nur noch einfach mal nochmal sagen, die haben jetzt, gerade heute gibt es sozusagen die Zugabe, ein Live-Konzert mit mehreren Sachen, die haben so coole Sachen gemacht. Die haben quasi, ich sage es mal, online die Swingdance-Socials versucht, am Leben zu halten und haben das auch meiner Meinung nach gut geschafft. Ich finde, das ist ein gutes Vorbild für vielleicht andere Communities, andere Tanzschulen, sowas mal auszuprobieren. Live-Konzerte haben die gemacht, die einfach völlig frei waren, konnte jeder hin, Donation basiert, also auf Hut gespielt. Was wir schon gesagt haben, Kekse backen und Train-Togethers und alles Mögliche und haben da wirklich die Herausforderung angenommen, Social-Erlebnisse online zu machen. Einige waren bestimmt ein bisschen komisch, andere waren gut und die haben uns auch inspiriert zu etwas. Nämlich, wir wollen auch etwas versuchen. Wir wollen auch einmal versuchen, ein Bei-mir-bist-du-schön-Podcast-Tea-Dance zu veranstalten, virtuell. Ja, genau, sozusagen ein After-Podcast. Also wir machen einen Live-Podcast oder machen wir einen Live-Podcast an dem 31.01., also letzter Tag dieses Monats und dann im Anschluss, also nicht direkt im Anschluss, aber in einer kurzen Pause, machen wir dann einen Tea-Dance, wo einer von uns oder wir beide, haben wir euch ausgelost, ein bisschen Musik euch bereitet, so für eine Dreiviertelstunde und dann würden wir uns freuen, wenn du mitmachst und wenn wir dich auch über Zoom sozusagen sehen können. Das wäre eine tolle Sache. Genau, wir hatten schon mal sowas hier in der Community gemacht, von unserer Tanzschule aus. Da haben sich etliche eingefunden mit den Kameras, man hat zusammen getanzt und so weiter. Wir schauen, wie das wird. Das wird noch auf den üblichen Kanälen sozusagen ja angekündigt und schauen mal, was da so passiert. Könnt ihr gerne auch dann weitersagen etc. Es bleibt alles unter uns, keine öffentliche Veranstaltung, wird nirgendwo gestreamt oder ähnliches. Wie wir das mit den Einladungen machen, überlegen wir uns noch ganz konkret, aber es wird sozusagen auch nicht jeder reinkommen können oder jede. Also da keine Angst haben. Nur die BNBDS Hardcore Zuhörer. Und eine Sache, die wir noch gefunden haben, die ich gefunden habe, die ich noch mal vorstellen möchte, vielleicht als Idee auch für eigene Projekte jetzt vielleicht auch im Januar oder Februar, je nachdem, wie lange man noch nicht in seiner eigenen Tanzschule tanzen darf oder ähnliches. Und zwar war es die Keep Swinging Xmas Challenge. Ja, das ist ein Video, was wir gezeigt haben, wie man das in Anführungsstrichen vielleicht sogar schon kennt. Jemand hat eine kleine Minio-Choreografie entwickelt oder einfach einen Song ausgewählt und hat gesagt, hier, tanz doch dazu. Und das wurde dann im Nachhinein zusammengeschnitten. 40 Tänzer haben mitgemacht oder TänzerInnen aus allen Ländern und es ist einfach ein schönes Ding. Und falls ihr Bock habt für ein kleines Projekt, um eure Community am Leben zu halten, um eure Schüler und Schülerinnen nochmal zu sehen oder gemeinsam irgendwas auf die Beine zu stellen, wäre das eine Möglichkeit. Wir haben, man hätte einen schönen Song, jeder kann dazu etwas beitragen und es wurde dann zusammengeschnitten zu einem kleinen Projekt und hochgeladen. Jeder kann es sich angucken und zeigen, hier, das bin ich. Und das war jetzt quasi, ich glaube, Let It Snow war, glaube ich, der Song. Natürlich winterbasiert als X-Mas Challenge und ich finde es super. Da tanzen halt etliche mit Kindern noch, machen eine kleine Choreografie. Unterschiedlichste Niveaustufen aus den Wohnzimmern, aus dem, was es sich irgendwie, wo man ist. Und ich finde das Schöne bei solchen Sachen ist immer, oder die Herausforderung bei solchen Sachen ist immer für sich selbst, dass man immer denkt, man wäre ja zu schlecht, da mitzumachen oder es muss ja so high quality sein. Ich finde, man sollte das so ein bisschen mehr als Community-Projekt aufnehmen, dass man gemeinsam das macht und dann kann da einfach auch jeder und jede mitmachen. Ist einfach toll. Also vielleicht als Idee, sowas mal zu machen, falls man jetzt da wieder sitzt, ah, es ist schon wieder Lockdown, was kann ich machen? Vielleicht einfach mal so eine Community-Challenge beitragen. Jeder tanzt ein Aids, zwei Aids, drei Aids, äh, Aids, das klingt so ganz komisch, ach da und versucht das Ganze dann zusammenzuschneiden. Ja, also das finde ich auch sehr cool und also als Community zu sehen und eben auch als eine Art Socializing-Möglichkeit, dass man eben halt einfach sich gegenseitig sieht und dann eben so die Community mal wieder zusammensieht in einem Video und das ist eine sehr, sehr schöne Sache und wenn ihr das nochmal, wenn ihr zu Hause eine tolle Tanzband habt, könnt ihr auch die nochmal mit unterstützen und dann einfach fragen, ob die Band euch den Song einspielt und dann könnt ihr das auch auf deren Seite verlinken oder die posten das auch nochmal und das ist auch nochmal ein Support für die Band. Also das wäre eine coole Sache. Ja, also Support Your Local Bands ist ja sowieso das Wichtigste. Insbesondere muss ich ja aus eigener Erfahrung sagen, so Swing- und Jazzbands, die sowieso nicht die High-End-Auftritte immer haben und von denen es sowieso gefühlt immer weniger lokal gibt. Also ich weiß nicht, also 2000, um die 2000er rum gab es gefühlt, hatte ich jede kleine, jedes kleine Dorf hatte so eine Swing-Jazzband, die da irgendwie bei, was weiß ich, im Biergarten oder bei Frühschoppen irgendwo mal aufgetreten ist und gefühlt ist das immer weniger geworden und unterstützt euch da gerne gegenseitig. Es ist ein geiles Community-Projekt einfach. Ja. Also fände ich cool. Also machen. Machen. Einfach machen. Sofort machen. Und das geht natürlich auch ganz übergreifend. Also ich hatte auch mal, ich hatte letztes Jahr ja auch eine französische Band unterstützt und da habe ich ja auch mein Video hingeschickt und demnach bin ich ja auch bei einer französischen Band mit dabei. Also das geht ja auch. Und da sind auch die DKVitas mit drin und ja, da muss man also nicht vor Ort sein, aber es ist natürlich so für die lokale Community ein schönes Projekt. Es kann aber auch kennenzübergreifend sein. Aber mach es nicht zu kompliziert, mach einfach. Einfach einfach mal machen. Genau. Und dann guck mal, was passiert. Yes. Und dann wird man besser dabei. Yes. Beim Videoschnitt vor allem und Technik. Genau. Und dann üben wir uns auch schneller und besser und dann seid ihr auch noch zufriedener damit. Gut, dann würde ich sagen, High Five. Und das ist es. Change Topic. Change Topic. Dann kommen wir zu unserem persönlichen Jahresrückblick und das wird ein Potpourri, ein bunter Strauß an Sachen. Das hat teilweise vielleicht mit Zwingtanz zu tun, teilweise nicht. Einfach nur so mal, was nehmen wir mit? Wir fangen einfach mal so ein bisschen an. Wir haben uns beide was aufgeschrieben und zusammen gedacht. Und bevor es so lang wird, hören wir dann auch auf. Vielleicht machen wir das beim nächsten noch weiter. Wir haben uns entschieden, so eine Art Pingpong-Prinzip zu machen. Einer von uns wird beginnen und entweder gerätscht, der andere rein, fragt nach oder ergänzt. Halt, stopp. Genau. Und nimmt dann das Nächste. Und ich habe die große Ehre, beginnen zu dürfen. Ich habe mir als erstes aufgeschrieben, jetzt so ein bisschen vielleicht nicht so super persönlich, aber es ist schon doch sehr persönlich und zwar stand das Jahr 2020 für mich auf jeden Fall im Zeichen der Technik, sodass halt ich bin ja im Realleben nicht nur auch Tanzlehrer, aber auch Lehrer an einer Schule und auch Kommunikation. Es hat sich einfach alles technisch und online, also ist ja quasi gleichbedeutend. Technik kann man ja quasi ohne online gar nicht mehr sagen. Alles online abgespielt und jeder kennt es, man hat so ein bisschen Vorbehalte davon und so etwas und das war so mein erstes persönliches Element. Es hat sich alles technisch basiert. Man hat mehr in Anführungsstrichen telefoniert, also überhaupt ist jetzt online über Streaming Dienste, es ist ja quasi dasselbe wie telefonieren, sage ich jetzt mal so, dasselbe Prinzip. Ich bin ja so ein richtiger Telefonmuffel. Also ich habe, glaube ich, ungelogen jahrelang nicht mehr als fünf Minuten im Jahr telefoniert. Ja, geht mir ähnlich. So und das waren jetzt dadurch, dass man sich quasi ja auch nicht mehr sehen konnte ganz häufig Telefonate, Zoom-Sessions, was ist sich über Skype, über WhatsApp oder was Sprachnachrichten alles, aber auch einfach auch nicht nur diese typischen Telefonate. Es gibt ja meiner Meinung nach so zwei Arten von Telefonaten, so ein Informationstelefonat, wo man einfach so socialisen möchte und es gibt so ein, so ein Farbredungstelefonat. So und das hat sich irgendwie komplett entwickelt. Es gab halt wirklich auch einfach so Momente, wo man zusammen war, Online-Technik basiert, wo man einfach nur zusammen abgehangen hat. Also nur quasi das angemacht hat, um nebenbei zu labern und quasi gar nicht dieses Online-Socialisen, weil sie gar nicht das Ziel hatte zu kommunizieren oder das Ziel hatte jetzt unbedingt Informationen austauschen oder sich zu informieren oder zu arbeiten oder sonst was, sondern einfach nur, man hatte jemanden, mit dem man labern konnte, während man woanders war. So, das ist so mein erstes Erlebnis, was ich so hatte und das hat einfach so ein bisschen so auch Augen geöffnet, dass man, wenn man jetzt diese Möglichkeit hat, vielleicht machen das ja viele von euch schon seit Jahren. Also für mich war es halt einfach so, da es ja diese Möglichkeiten gibt, habe ich die halt einfach regelmäßig und sehr, sehr häufig genutzt. Ob das jetzt in irgendwelchen privaten Sprach-Chat-Räumen waren, wo man einfach sich eingeloggt hat und ja, was machst du? Ja, ich wasche hier gerade ab oder ja, ich gucke gerade Fernsehen und so. Einfach nebenbei zusammen war. Oder auch diese Watch-Togethers bei YouTube oder Online-Tanz-Partys, Swing-Tanz-Partys, Online-Live-Bands gucken und dann im Chat miteinander reden. Das war für mich vorher, also ich war da nicht so krass involviert in diese Community, gibt es ja wahrscheinlich, oder Streaming-Dienste gucken. Ganz viele von meinen Freunden und Freundinnen haben angefangen zu streamen, ob das kleine Künstler waren oder einfach nur, was ist nicht, was die gemacht haben, gebastelt haben oder sonst was. Und da bin ich halt wirklich in so eine Community gekommen und ich finde, das kann man auch einfach wunderschön beibehalten. Und das war so meine erste, meine erste Größe persönlicher Jahresrückblick. Technik, Technik, die begeistert hat. Okay. Jemand als Werbeslogan, auch hier, mit dem Podcast, ganz anders als gedacht gemacht, Live-Streams gegangen, mit der Community interagiert, viel intensivere Online-Recherche betrieben oder ähnliches. Ja, das war mein so erstes, erstes persönlicher Rückblick, diese Technik-Base. Technik-Base, ja. Ja, krass. Ja, ich habe das so ein bisschen, wie sagt man, der Reihe nach bei mir aufgeschrieben. Chronologisch heißt das. Chronologisch heißt das, ja, danke. Und ich habe einfach für mich mal aufgeschrieben, dass ich mein Jahr gestartet habe. Also letztes Jahr bin ich, also kurz nach Weihnachten bin ich in ein buddhistisches Kloster gefahren, habe dann da sozusagen in das neue Jahr reingefeiert und habe dann da, das war der zweite erste, habe dann da die fünf Achtsamkeitsübungen übernommen. Das heißt also, dass ich jetzt mich sozusagen verpflichtet habe, in Anführungsstrichen, diesen fünf Achtsamkeitsregeln zu folgen. Und dann hieß es halt, man soll das in seiner Community zu Hause dann halt monatlich rezitieren, einfach mal wiederholen und sich daran erinnern, dass man das machen möchte und sich neu verpflichten sozusagen. Ja, jetzt habe ich dann am Anfang des Jahres, habe ich an den Terminen keine Zeit gehabt und dann war so eine komische Sache, die weltweit irgendwo ausgebrochen ist. Und seitdem habe ich also meine, also ich habe eigentlich noch nie meine lokale Community kennengelernt. Und jetzt, wo sie die Wörter im Sommer ein bisschen aufgemacht hatten, hatten sie es irgendwie nur auf weibliche Personen beschränkt. Und dann so, ja, schön, danke auch. Da gehöre ich nicht dazu. Da gehöre ich nicht dazu. Und demnach habe ich es immer so halt für mich gemacht. Da habe ich dann für mich persönlich dann immer so einen Tag im Monat festgelegt, am Ende des Monats, wo ich gesagt habe, ich rezitiere diese fünf Achtsamkeitsübungen für mich nochmal und habe das auch das ganze Jahr durchgehalten. Und ja, jetzt gerade auch nochmal an Weihnachten, habe das auch nochmal in der Family gezeigt, was ich da so mache und fand die auch ganz interessant. Ja, und das ist dann mal so eine, von der, von der, ja, spirituellen Ebene nochmal irgendwie so ins Jahr reingestartet. War für mich auch ganz neu. Ich habe das vorher mich noch nicht so groß damit beschäftigt, aber fand das sehr interessant. Und habe dann auch in diesem Jahr, also im Sommer, habe ich dann ein, ja, kein Retreat gemacht. Ich wollte eigentlich mich da anmelden, aber es war halt die ganzen Plätze natürlich voll durch diese gewisse Sache, die da war. Und demnach habe ich das zu Hause persönlich gemacht und das nennt sich dann Vipassana. Und die Vipassana-Meditation im Endeffekt geht zehn Tage lang, indem man auch, indem man auch schweigt. Und demnach habe ich mich zu Hause eingeschlossen sozusagen und habe dann zehn Tage lang, ja, hardcore meditiert. Das war sehr, sehr anstrengend, gerade für meinen Hirn, weil das sehr aktiv war und ich erst mal ein paar Tage brauchte, um das ein bisschen zu beruhigen. Und ich war schon manchmal an der Grenze, wo ich gesagt habe, okay, ich spreche ab, was soll das Ganze. Aber dann hatte ich auch online sozusagen die Talks von einem der Lehrer sozusagen gefunden auf Englisch, die mir auch dann auch so mehr den Grund gegeben haben, warum ich das Ganze tue. Und das war sehr, sehr hilfreich. Und das war dann so am Abend sozusagen da, wo normalerweise nach Schedule der Teacher gesprochen hätte. Habe ich mir das eben genauso auch getimt und habe dann abends so für eine Stunde diesen Talk zugehört. Und das war sehr hilfreich für mich und hatte dann auch so eine Aufgabe, woran ich eigentlich am nächsten Tag arbeite und nicht so einfach so ins Nichts rein zu meditieren. Das war sehr, sehr anstrengend für mich. Und das war, ja, spirituell gesehen eine interessante Reise dieses Jahr. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, da kann ich gleich so ein bisschen reingrätschen. Das kann man ja, kann man auch spirituell nennen oder so ähnliches. Ich habe eine so, ein Erlebnis oder Jahresrückblick war, dass ich gemerkt habe, insbesondere dadurch, dass ja teilweise Berufsverbote ausgesprochen wurden, dass die Zeitmanagement ganz anders war oder so. Also die Bedeutung von Zeit und was mir wichtig ist, wie ich meine Zeit einteile, hat sich halt grundlegend, ich weiß es nicht nach, ob es nachhaltig sich geändert hat, aber derzeit auf jeden Fall geändert. Und das ist was, was ich auch von ganz, ganz vielen Bekannten, Freunden und Ähnlichem gehört haben, dass die teilweise durch Homeoffice, teilweise dadurch, dass sie einfach nicht arbeiten durften oder konnten, gemerkt haben, so, ja, diese, diese Einteilung, die man kennt mit 40 Stunden arbeiten oder mehr und dann zu Hause vor der Glotze stehen und dann ins Bett gehen, dass das vielleicht gar nicht mehr so, so up to date ist und dass man da vielleicht mal gucken kann, dass man sein Leben anders gestaltet. Und insbesondere dann mit meiner Frau, ich bin ja verheiratet, die konnte halt kaum arbeiten, weil sie in einer Branche arbeitet, die halt mit ganz vielen Personen zu tun hat, aus der Eventbranche und die hat auch gemerkt, dass halt dieses immer lange im Büro sein, von einem Termin zum anderen hetzen, dass das einfach auch ganz viel, natürlich auch ganz viel Zufriedenheit teilweise gibt, weil das ist ja so ein bisschen lebensinhaltmäßig und kann ja auch einen ganz glücklich machen, aber dass es halt anders auch sehr entspannt ist. So und dadurch, dass wir in eine neue Umgebung gezogen sind, wir haben ein Haus gekauft und sind umgezogen, haben wir gemerkt, dass man auch so eine Hausrenovierung oder Umbau auch so in seinem eigenen Tempo machen kann. Natürlich waren wir so ein bisschen genervt, dass halt teilweise Handwerker nicht kommen konnten und sowas, aber dass man sagen könnte, ja okay, dann machen wir es halt irgendwann anders. Warum müssen wir uns jetzt hier so stressen? Warum muss das jetzt fertig sein? Warum muss ich das morgens um acht machen? Warum kann ich das nicht um elf machen? Oder ich kann mich, ich setze mich jetzt hier einfach mal eine Stunde aufs Sofa, so weil ich das will. Oder meine Frau strickt ganz viel. Oder ich, was ist es, ich lasse einfach, ich klicke einfach von einem Link zum nächsten. So einfach, weil ich will. Einfach mal so. Einfach mal so, was ich will. Oder wie du gesagt hast, lass die Gedanken laufen. Oder wir haben jetzt sogar einen Garten für unsere Hunde. Ich spiele einfach, ich spiele einfach mal eine Stunde mit meinen Hunden. Ja, ja, schön. Und da hatte ich durch diese ganze Situation im letzten Jahr das Gefühl, dass man sich dafür mehr Zeit genommen hat, weil es ja auch anders nicht ging. So, ne, wenn man jetzt in diesem Tagesablauf dieses Jobs gefangen, in Anführungsstrichen, so super negativ ist, aber wenn man halt von 9 to 5 arbeitet, so dann ist halt von 9 to 5 nicht Arbeit, sich eine Stunde Zeit zu nehmen. Ja. Und das fand ich halt sehr entspannt, dass diese Zeiteinteilung und was mir wichtig ist und was die Bedeutung ist und wann ich was machen will und wann ich was nicht machen will, diese Freiheiten fand ich wirklich gewinnbringend und konnte das auch also mit einem Bekanntenkreis manifestieren, dass viele, viele das sehr, sehr gut finden und hoffen, dass das jetzt so ein bisschen nachhaltiger ins Leben einwirkt oder dass man halt Entscheidungen trifft, dass es auch lagwertiger ins Leben geht. Ich zumindest finde, finde das, fand das eine super Erkenntnis und auch was so Swingtanzen oder, sage ich mal, regelmäßige wöchentliche Termine zur selben Zeit betrifft, fand ich das auch in Anführungsstrichen mal so ein bisschen befreiend, nicht immer zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein, sein zu müssen. Also natürlich ist das cool, natürlich vor Ort, wenn man sich trifft, ist etwas Cooles, aber es ist ja doch immer echt irgendwie so ein Termin, den man sich eingerichtet hat und gerade, keine Ahnung, wenn das Wetter gut ist oder wenn man gerade eine andere Stimmung hat oder sonst was, ich fand diese Freiheiten sehr cool und ich hoffe, dass sich die so ein bisschen mit rüberziehen ins neue Jahr, ins neue Leben, wie man das gestalten kann, ist natürlich immer, gibt es ja dieses Konstrukt der Rahmenbedingungen, aber das war eine Erkenntnis für mich, was ja auch so ein bisschen spirituell ist, was mir persönlich wichtig, wo möchte ich mich zu diesem Zeitpunkt beschäftigen, ob das jetzt wirklich was Sinnvolles ist, ob das jetzt am eigenen Körper arbeiten oder mit seinem eigenen Geist arbeiten oder ob das einfach was Stupides ist, wie ein Link zum nächsten anklicken. In dem Moment hatte ich darauf Bock und in dem Moment habe ich das gemacht und ich war wirklich zufrieden und ich bin wirklich zufriedener geworden dadurch und das fand ich cool. Also das fand ich wirklich einen ganz großen Gewinn dieser absolut bescheuerten Situation im letzten Jahr, fand ich, dass man gezwungen wurde, sich so ein bisschen zu entschleunigen und dass man gezwungen wurde, einige Sachen einfach komplett neu zu denken und neu zu machen und das hat mir ganz viel gebracht. Ja, super. Ja, also ich habe auch in dem Jahr auch viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und da ist halt auch immer, ja, nutze jetzt die Zeit und stärke dich, um dann gestärkt aus der Krise oder wie auch immer herauszugehen und nicht dann noch mehr am Boden zu sein oder überhaupt am Boden zu sein. Weil jetzt hast du die Zeit, dich zu reflektieren, Zeit für dich selbst zu nehmen oder für deine Liebsten und da Sachen aufzubauen, entweder für dich selbst oder mit den Leuten, mit denen du halt jetzt, ja, gezwungenermaßen mehr oder weniger zusammenlebst und da eben eine ganz, ganz tolle Sache draus zu kreieren und das eben nicht ins Negative zu ziehen. So, wie schlecht ist alles, wie doof ist alles und das zieht alle nur noch runter. Aber wenn ihr jetzt zusammenhaltet und sagt, ja, wir machen das Beste draus und lass mal gucken, was der heutige Tag bringt, dann ist das eine ganz andere Energie und das, ja, darf man auch sehr, sehr, sehr gerne auch sich selbst projizieren oder wir sich selbst abmachen, dass ich jetzt denke, okay, was hilft mir denn heute? Womit möchte ich mich heute beschäftigen? Ja, und das ist eben auch eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich habe also Persönlichkeitsentwicklungen gemacht. Ich habe einmal im September, glaube ich, noch das Glück gehabt, auch mal wirklich vor Ort zu sein. Das war in Offenburg auf dem Seminar von Christian Bischof. Das war auch so eine riesige Messehalle, die sehr, ja, sporadisch besetzt war. Das wäre sehr interessant anzusehen, wenn dann eben 500 Menschen nur in dieser Messehalle sitzen, die normalerweise für, ich weiß es nicht, 2500 oder sowas ausgelegt wäre. Das heißt, es war immer ein Platz besetzt, dann waren drei Stühle frei, dann wieder ein Platz besetzt, wieder drei Stühle frei und das war immer so drei Blöcke nebeneinander und dann nochmal drei Blöcke hintereinander oder vier, fünf und das war einfach ein bisschen komisch, aber man hatte dann auch schon mal schönen Platz, um sich mal ein bisschen auszubreiten. Man konnte seine Klamotten irgendwo links, rechts nebenhin legen. Man konnte, da waren immer so Zwischenteile, wo man eben ein bisschen Energie in den Körper bringt, also rumspringen und rumtanzen, wie man wollte. Man hatte keinen angerempelt, man hatte keinen getreten und so, das war ganz angenehm. Aber so habe ich jetzt ein Foto dann gesehen im Nachgang, so ein Feedback und dann war da eben so von vorne, von der Bühne aus, dieser Blick auf diese Halle und dachte ich mir, wow, da sieht man nur Stühle und vereinzelt mal ein paar Menschen. Das ist schon echt komisch. Ja, und das habe ich eben also da live gemacht. Das heißt, da bin ich mal nach Offenburg gefahren mit dem Zug und dann hatte ich aber auch noch, ja, also Online-Varianten davon, wo ich mich auch in diesem Jahr relativ viel weitergebildet habe. Nicht nur in Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch in Online-Marketing, im Business, in Gesundheit. Das war auch schön, dass ich da mir auch die Zeit nehmen konnte, mich einfach mal hinzusetzen und Computer an, mitschreiben und diese Seminare mitzumachen, obwohl auch einige davon auch in der Phase waren, wo noch kein Lockdown war. Trotzdem habe ich es irgendwie zeitlich geschafft und das war, ja, das war so für die Entwicklung eine tolle Sache, dass man das jetzt halt online machen kann. Und ja, dann habe ich eben auch noch ein oder ein oder zwei Persönlichkeitsentwicklungsseminare gemacht, wo dann eben auch im Hintergrund, wo dann sozusagen ein Kreis war, wo der Speaker in der Mitte stand und außenrum, wie in so einer Arena sozusagen, waren ganz viele Bildschirme aufgebaut, wo eben über Zoom alle zu sehen waren. Das war auch eine krasse Sache. Und dann konnte ich umdrehen, wo auch immer hin und habe alle gesehen. Und natürlich war es mit einer Zeitverzögerung ein bisschen doof, aber es war schon echt ganz cool gemacht. Ja, geil. Ja, eine Sache, die ich noch hatte bei persönlicher Entwicklung war, war, dass ich so ein bisschen Wert und Wertigkeit kennengelernt habe und dass einfach einige Dinge einfach auch Zeit brauchen. So, das habe ich auch wieder festgestellt. Natürlich weiß man das ja klar, auch als Trainer sagt man immer, ach, das nach dem zehnten Mal probieren, kam das schon irgendwie beim Tanzen. So, aber dadurch, dass wir halt dieses Haus haben, wo wir immer wieder renovieren wollen, wenn man einfach mal sagt, so, ja, ich möchte hier Fußboden verlegen, das dauert halt einfach dann seine Zeit, dass man dann etliche Stunden damit verbringt, den Fußboden zu verlegen. Oder jetzt letztens habe ich Holz gehackt. Und dann dachte man so, ja klar, wir hacken jetzt hier mal kilometerweise Holz weg. Und dass halt einfach so was einfach einen Wert hat und dass man dann einfach das Wert schätzt, dass das dann war. Und genau dasselbe ist halt ja auch mit persönlichen Beziehungen. Beziehungsaufbau oder, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung, dass einfach einiges Zeit braucht. Dass man Zeit braucht, sich in diese neue Situation einzufinden. Dass man Zeit braucht, Neues auszuprobieren. Und dass man sich einfach auch die Zeit nimmt. Also insbesondere, wenn man das jetzt auch auf Swing tanzen oder neue Sachen lernen überträgt, wäre das ja auch so, wenn man etwas Neues anfängt, dann kann man das ja auch nicht sofort. Aber wir versuchen das immer, dass alles perfekt ist und alles sofort klappt. Aber viele Sachen brauchen einfach Zeit. Und die Zeit muss man sich dafür nehmen. Und wenn man sich die Zeit halt bewusst dafür genommen hat, dann lernt man dieses Wertschätzen wieder kennen. Und das halt wirklich, kann ich gar nicht häufig genug betonen, ist halt auf solche materiellen, in Anführungsstrichen, Sachen zu übertragen, wie was ist, sich einfach mal die Wohnung putzen. Aber auch sowas wie Beziehung. Beziehungsarbeit dauert auch. Und Zeit. Und das ist etwas wert, da Zeit reinzustecken. Auch wenn man dafür kein Geld bekommt. Und man räuchnet ja dann immer so, ach, meine Arbeitszeit, das kostet so und so viel. Ja, aber das ist jetzt meine Wertigkeit. Ich will das machen. Ich habe Bock. Ich habe gestern zum Beispiel da irgendwie, wir haben noch so zwei, drei, drei, vier, fünf, acht, neun Räume, die noch nicht fertig sind. Der Westflügel. In der Stunde habe ich da irgendwelche Fliesen geschrubbt. Weil ich wollte, dass die sauber sind. Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, normalerweise würde ich so und so viel Geld verdienen. So eine Scheiße. Und ich hatte halt Bock darauf, diese Fliesen sauber zu bekommen. Und die sind sauber geworden. Und ich war stolz darauf, dass die sauber sind. Und das habe ich gemacht. Und es war mir wert, meine Zeit dafür zu investieren. Und das ist mir bewusst geworden, dass man einfach nochmal so ein bisschen über Wertigkeit drüber nachdenkt. Und man sagt ja auch immer über diese wunderschöne Weisheit auch, man merkt immer das zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Also auch persönliche Beziehungen. Dass man die jetzt analoge, reale Kontakte, dass man die nicht mehr hatte. Und dass man halt einfach sich Zeit nimmt, diese Kontakte zu pflegen. Ob das jetzt ein Telefonat ist, wie wir schon gesagt haben. Oder ob das mal eine E-Mail ist. Oder ob man mal, keine Ahnung, eine etwas längere Sprachnachricht macht. Oder eine WhatsApp schreibt. Oder irgendwen, den man lange nicht mehr gesehen hat, vielleicht nochmal schreibt. Oder anruft, wie es einem geht. Und diese Wertigkeit in Bezug zur Zeit, die fand ich halt super. Und das hat mich enorm weitergebracht. Weil ich bin auch so ein bisschen, Boris fragt mich auch, wie schaffe ich das immer. Ich bin so ein bisschen Workaholic veranlagt. Meine Frau auch. Wir machen immer sehr, sehr viel nebenbei. Und sehr, sehr viel beruflich. Und fuchsen uns da richtig rein. Und das ist mir einfach so jetzt, ich habe es mittlerweile noch nicht schlussendlich, aber ab und zu habe ich schon mal gelernt, okay, dann ich höre jetzt einfach auf. Ich möchte jetzt was anderes machen. Und höre jetzt einfach auf mit diesen beruflichen Dingen. Ich höre jetzt auf mit dieser Sache. Die kann ich auch morgen fertig machen. Man sollte natürlich nicht immer alles aufschieben. Das ist ja, ihr wisst ja, was wir wollen, was wir meinen. Man muss ja nicht immer schwarz-weiß denken. Aber das ist mir wichtig, diese Wertigkeit von Dingen, Wertigkeit von Beziehungen, die ist mir letztes Jahr ganz besonders klar geworden. Und vor allem, wie viel Wert mir dieser Swing-Tanz eigentlich hat, den wir ja hoffentlich alle auch lieben und immer noch lieben, dass man halt einfach so Sachen vermisst. Also Hand aufs Herz. Meine Frau und ich waren nie so die, die auf jede Party mussten. Wir waren nicht die, die alles stehen und liegen gelassen haben, um auf eine Party zu gehen. Aber auch wir haben jetzt festgestellt, ey, gar keine Party ist auch scheiße. Wir vermissen das. Und es ist uns wichtig, dass wir das haben. Und dieser Wert, dieses Social-Beieinander, auch wenn man nur an der Tanzfläche steht und redet oder guckt oder da ist oder seine Bionade oder was weiß ich was zwitschert da. Das ist halt einfach wirklich was wert. Oder wenn wir dann zusammen DJ machen, hinterm Pult stehen und einfach nur Musik auflegen und die Leute angucken. Meistens reden wir die ganze Zeit und ach ja, ich muss aber noch einen neuen Song raussuchen. Ja, das ist wirklich, das ist wichtig, das ist wertig. Und das hat mir so letztes Jahr gebracht, dass viele Dinge für mich einen höheren Stellenwert bekommen haben oder einen anderen. Und einige Dinge sind mir halt einfach dann auch nicht mehr so wichtig. Ja, das ist mir auch noch aufgefallen, am Anfang des Jahres hatten wir eigentlich auch so ein, wie immer es genannt, so ein Neujahrsempfang haben wir es genannt. Einfach ein Stück normal. Also, dass wir einfach so die, unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die von der ganzen Tanzschule, die Swing-Tanzunterricht nehmen, mal zusammengebracht haben und da mal einfach Willkommens-Socializing gemacht haben. Und da war eben die Musik und das Tanzen eigentlich eher im Hintergrund. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt, haben einfach nur gequatscht. Hey, wie war dein Jahreswechsel und wie geht's dir so, was machst du so, bla bla bla. Einfach nur geredet. Und dann war auch mal eine Zeit lang, wo ich mal als DJ einfach die Musik sehr leise runtergedreht habe, weil halt keiner getanzt hat, aber sich alle unterhalten haben. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Genau das soll es ja sein. Mal tanzen, aber auch mal sich nur unterhalten und mal neue Leute kennenlernen, auch mal Leute aus den anderen Kursen kennenlernen. Und das war eben eine sehr, sehr schöne Sache und das ist halt im Moment auch nicht mehr möglich und das ist halt echt schade, dass man also auch mal so... Connected. Ja, connected oder eben auch so kursquer connected. Also nicht nur im eigenen Kurs, so die Leute mal kennenlernen. Also gerade auch Lieder kennen die Lieder nicht, Follower kennen die Follower nicht, weil ja dann nicht gewechselt wird. Aber jetzt auch mal eben einen anderen Kurs, dass man sagt, ah, du bist auch hier, aber ich kenne dich gar nicht, hier ist auch nur für Swing-Tanzer, wer bist du denn und wo tanzt du denn? Dass man dann sich eben so kennenlernt. Ja, diese Community einfach, dieses typische Community-Building, wenn man es in einem Begriff nennen möchte. Und das hat eben auch dazu geführt, dass eben sich auch neue Menschen für neue Kurse angemeldet haben. Und das ist auch schön, dass eben Leute dann sehen, okay, was kann ich denn noch lernen? Ach, ich kann auch die andere Rolle lernen oder ich kann auch mal, wie auch immer, irgendwas anderen Swing-Tanz lernen. Ja, oder du gehst zu dir dahin, das habe ich auch noch nie gehört, das ist ein Workshop oder was ich, da ist eine Party, lass uns zusammen hingehen. Ja, ich vermisse das einfach unglaublich. Also alleine schon, als wir uns vorbereitet haben, hierfür zu suchen, was stattfindet dieses Jahr. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns war es immer so, Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, je nachdem, hat man so überlegt, wo geht man denn zusammen hin? Was kann man denn machen? So einige von uns mussten dann auch Urlaube einreichen oder sonst was, aber wo kann man zusammen hingehen? Oder wo sind coole Trainerpaare? Wo ist ein cooles Event? So und alleine das, als wir da online saßen und geguckt haben und einfach man nichts planen kann. Ja, vor allem ist es auch so, dass wenn du auf einem Event warst, was cool war, guckst du ja sofort, wenn das Event um war, so eine Woche später war ja dann der Termin für das nächste Jahr draußen. Dann hast du den sofort geblockt und dachte, okay, dann musst du mir unternehmen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr möglich so in der Zeit. Das ist schon strange. Ja, oder die meisten Registrations waren ja schon fast durch. Ja. Letztens hat man sich ja schon überall über anmelden müssen. Timer stellen müssen, dass man um 12 Uhr auf jeden Fall seine Mail abschickt und so. Das ist richtig, ja. Ja, das ist das, also diese Wertigkeit, Wertschätzung und so. Ja, das wäre schon sehr schön. Aber das hat sich verändert. Also es hat sich verändert für mich. Also persönlicher Rückblick für mich. Ja, Popo Wertigkeit von Dingen und so. Also und Menschen und Zeit. Ich habe, also meinen Minimalismusgedanken noch erweitert. Ich habe sehr viele Möbel, große Möbel aus meiner Wohnung entfernt. Habe teilweise die zu kleineren Möbeln ausgetauscht, aber teilweise auch komplett abgeschafft. So auch wie einen großen Fernseher und den Schrank dazu. Ja, und einige Schränke und so weiter. Auch meinen riesigen Kleiderschrank habe ich entsorgt und nicht entsorgt, also abgegeben an andere, die es gefreut haben. Und jetzt eine ganz normale kleine Kleiderstange da und es passt alles drauf. Ja, also ich habe also ganz viele Klamotten auch loswerden können, aber auch viele gespendet, weil mein Friseur zum Beispiel, der spendet Klamotten auch an Hilfsbedürftige. Also er frisiert denen die Haare und unter anderem werden dann auch eben Sachen weitergegeben. Und da habe ich eben auch vieles hingegeben. Genau, und das war auch noch eine Sache bezüglich Minimalismus. Und jetzt steht auch bei mir der Umzug bevor, in einem Monat. Und da habe ich mich auch entschlossen, dass ich auch meine Wohnung verkleinern werde, also den Raum, den ich bewohne, auch verkleinere. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich da schon im Vorfeld auch schon mal meine Dinge wieder ein bisschen dezimiert habe. Ja, genau. Und dann habe ich mich, also mein großes Überthema für 2020 war für mich persönlich das Thema Finanzen. und da habe ich mich auch echt voll reingekniet sozusagen. Ich habe, also im März habe ich ein, ja, hat dann online stattgefunden, ein Seminar besucht, das, ja, mein Becken und Leben bezüglich Finanzen und Geld sehr verändert hat, zum Positiven. Und ich habe sozusagen die Börse verstanden und kennengelernt. Für mich war die Börse immer so eine Blackbox. Ja, ich wusste nicht, was da passiert. Keine Ahnung, was da, ja, da sind viele Leute und der Markt, also die Aktien hoch und runter, keine Ahnung, ja. Und da ist mir viel Geschrei und sonst was. Gut, war mal, dass da viel Geschrei war, jetzt ist ja nichts mehr. Aber das war echt interessant, dass ich das so noch nicht kennengelernt hatte zu dem Zeitpunkt. Und jetzt habe ich das verstanden, wie das funktioniert. Und jetzt macht auch diese Sätze, die ich oftmals schon vorher gehört hatte im Podcast und so, dass man sagt, investiere nur in eine Sache, die du auch wirklich verstehst zu 100 Prozent und wo du auch nichts verlieren kannst. Das macht jetzt für mich Sinn. Genau, zum Beispiel Bitcoins. Habe ich auch jetzt ein paar Tage her ein Video angeschaut, wo Bitcoins leicht erklärt wurden. Ich habe es nicht verstanden. Leicht, leicht erklärt. Ja. Also wurde gut erklärt, aber ich habe es trotzdem noch nicht verstanden beim ersten Mal anschauen. Aber gut. Ja, und das war eben so ein großes Thema, wo ich jetzt halt lange, lange dran bin jetzt auch schon. Wie gesagt, seit März kontinuierlich und habe jetzt da ein Buddy. Ich habe eine ganz richtig geile regionale Gruppe, die ich halt noch nicht einmal kurz persönlich getroffen hatte, ansonsten nur online. Und ja, ganz viel gelernt über verschiedene Podcasts und Videos und so weiter und so fort. Und das habe ich also meine ganzen Finanzen mal umgekrempelt und ja, investiere jetzt. Und habe auch schon 2020 mit einem sehr schönen, positiven Ergebnis abgeschlossen und bin da sehr stolz drauf, dass ich in vier Monaten also wirklich schon eine Menge Geld, nein, nicht eine Menge Geld, also ein bisschen Geld gemacht habe. Und das ist echt eine coole Sache und das freut mich sehr. Und das gibt mir auch persönlich ein bisschen Stabilität und Sicherheit, dass ich jetzt weiß, okay, mein Geld liegt nicht nur seit Jahren schon nur auf dem Sparkonto und verliert einfach nur einen Wert, weil eben die Inflation einfach zuschlägt. Und wer weiß, was die Zukunft bringt an Inflation und so weiter. Und jetzt mache ich auch mal was damit. Und vorher habe ich halt immer überlegt, ja, und ich müsste mal und ich könnte mal und aber was denn genau und ich verstehe es ja nicht und jetzt verstehe ich es und ich mache es. Und das ist eine schöne Erleichterung. Ja, geil. Ja, wir sind schon lange dabei. Vielleicht noch eine letzte Sache, die vielleicht nicht nur persönlicher, sondern auch so Swingtanz bezogen. Ich fand, das letzte Jahr hat insbesondere mir, vielleicht auch vielen von euch schon mal gezeigt, eigentlich was für eine coole Community die Swingtanz-Community ist. Wir haben natürlich noch viel an uns zu arbeiten oder so, aber was passiert ist um die Black Lives Matter-Bewegung, also um dieses ganze Thematik, die Ursprünge von Lindy Hopp, die Unterstützung von Trainern, dass jetzt alles online ist, dass trotzdem die Community am Laufen gehalten wird, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und alles neu macht. Das fand ich so cool und das hat mir noch mal gezeigt, dass diese Swingtanz-Community oder Swingtanzen und Community kann man ja quasi fast gar nicht getrennt denken, meiner Meinung nach, dass die wirklich da ist und länderübergreifend und vielübergreifend wirkt. Natürlich kann das auch sein, dass es nur in meiner Bubble so war, in meiner kleinen Swingtanz-Bubble, dass man, da gibt es sich ja mit Gleichdenkenden und so, aber es gab so viel Inspirationen, Hilfestellungen, Weiterentwicklung, Umentwicklung, Spenden, Hilfen, Neustrukturierung, Nachdenken, Gedanken und alles und das fand ich so cool und ich hoffe, dass das auch noch weitergetragen wird und da bin ich noch mal, so 2020 habe ich gesehen, so ja, was wir auch schon gesagt haben, unsere Swingtanz-Community hat halt mehrere Kriege und Zusammenbrüche von Wirtschaftswissen überlebt, so eine Kack-Pandemie werden wir auch noch überleben und das fand ich cool und hat mich noch mal bestärkt, so Swingtanz-Swing-Tanzen ist auf jeden Fall die Community, wo ich ein Teil gerne von sein möchte, wo ich meinen Teil zu beitragen möchte, wo wir alle noch mal ein bisschen an uns selber arbeiten können und was dazu packen können, aber fand ich so cool, fand ich, es gab so gute Dinge, die daraus entsprungen, sind, neben all dem, wo man sagen kann, dass es blöd ist, aber es gab so viele coole Sachen, die sich entwickelt haben und die sich weiterentwickeln und wir waren ja auch quasi dabei, begleitend als Podcast und haben das vielleicht intensiv damit erlebt. Genau, nochmal vielen, vielen Dank auch an dich als Zuhörer, dass du sowohl uns unterstützt, als auch die Community an sich. Wir wissen, dass einige von euch Veranstalter sind, dass ihr Tänzer, Lehrer, sonst was alles seid und es ist toll, was du machst als Zuhörer jetzt für die Community, die echt so toll zusammenhält. Auch danke für deine Spenden, die du an x verschiedene... an die Community bist. Genau. Ja, und das hat mir so gezeigt, so 2020, das fand ich, war echt cool. Das war so auch Zwingtanz-mäßig, weil wir ja doch schon ein bisschen involvierter sind, sage ich mal, in die Community und in die Gedankengänge, die da existieren. fand ich geil. Ja, sehr, sehr schön. damit auch sehr, sehr gerne ein Part davon und hoffe auch, dass sich das im neuen Jahr oder in diesem Jahr jetzt, jetzt, ja, weiter wieder zusammenfügt und dass wir uns auch wieder sehen können und anders austauschen können als nur virtuell sozusagen. und wenn du Bock hast, uns mitzuteilen, so was war denn vielleicht Zwingtanz-bezogen, so was war denn das Beste, was dir 2020 passiert ist oder was war das, die schönste Entwicklung, die 2020 sah, schreib sie uns entweder hier persönlich auf den üblichen Wegen, Kommentaren oder ähnliches. Das können wir gerne aufnehmen, auch in der Social-Ecke mal zu besprechen. Wir, man muss ja sehen, wir haben unsere kleine Bubble um uns rum und sehen unseren mit Scheuklappen unsere kleine Welt, aber es gibt ja ganz viele andere tolle Sachen noch. Wenn du uns da teilhaben lassen möchtest, gerne. Ja, ich finde auch, dass wir auch schöne Projekte und sowas auch in diesem Podcast auch schon vorgestellt haben, die auch sehr, sehr, sehr cool waren. Ich denke mal an Ruby. Ja, voll. Oder so, ja, also echt tolle Sachen und es ist richtig geil, was ihr da draußen für Ideen habt und was ihr umsetzt. Es ist sehr, sehr schön und macht weiter so, auch wenn ihr jetzt schwerte Bedingungen habt. Wenn es leicht ist, kann es ja jeder. weitermachen und ihr habt super Ideen und tolle Gedanken und ihr seht ja auch jetzt bei dem Hereng Monthly, dass es da echt tolle Formate gibt, die sich da entwickeln und die auch ja, echt spannend sind und ja, deswegen weitermachen und wir freuen uns auf das, was da kommt. Ja, und für alle, die die einfach ein bisschen zum Ende geskippt haben, wir wollen auch vielleicht ein Teil von dieser Online-Community werden und wir versuchen ein T-Dance zu veranstalten. Wenn ihr Bock habt, am 31. Januar wollen wir versuchen, einfach mal online zusammenzukommen, bei DJ Musik irgendwie über eine Zoom-Session zu tanzen. Wie man daran teilnimmt und was passiert, werden wir alles noch mitteilen. Wenn ihr Bock habt, daran teilzunehmen, tragt euch das schon mal mit Bleistift oder die dann man nimmt ein. ist ein Sonntag, der letzte Sonntag im Januar. Könnte ja vielleicht die erste virtuelle Party für euch sein, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht überhaupt. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt. Auf jeden Fall und wir würden auch uns total freuen, wenn ihr euch mal ein bisschen persönlicher sehen. Dann wissen wir auch, das sind nicht nur Zahlen, Wer ist das eigentlich? Ja, das sind nicht nur zu kommunizieren, die bei uns präsentiert werden, sondern es sind auch wirklich Menschen dahinter. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, Save the Date am 31.01. Ja, ansonsten, schön, dass du dabei warst. Guck vielleicht in die Shownotes, da haben wir vieles verlinkt, worüber wir geredet haben. Schreib uns vielleicht einen Kommentar, dein schönstes Tanzerlebnis, Tanzentwicklung 2020 oder ähnliches oder generelle Entwicklung und ja, ich hoffe, wir hoffen, wir sogar, hoffen, dass du dann das nächste Mal oder die nächsten Male wieder dabei bist. Oder Boris? Das hoffen wir auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall da und wir hoffen, dass du auch zuhörst. Ja, dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Oder nicht? Und freeze! Man, look out, man, that's a killer. Man, that's a killer one. Let's play that again, man. You got to do it.